Wartegeben, willkommen zum neuen Video von mir, wir spielen heute Waffenspiel in die W und ja, die letzte Runde wird das Spiel wahrscheinlich, weil dann noch spieg ich wieder Black Ops 300 später hier rum aber am Wochenende muss ich jetzt haben wir oh man, das Gaff-Peddle perfekt, dass du so gut klatsch Alter, ich schick den echt so was ist denn da? eine Runde AW du nimmst AW auf äh, EW ähm, Alex, aka, gayfos, oder socialfiki ähm, fremda oder ex fremda, ex der macht grad Abonnenten wie Sau ähm, ähm ähm, ähm 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 wo muss ich mal meine LDC sehen so ähnlich aus? Jungs, wann ist noch Peter Zugang? auf einig, ähm heute stressig, aber die ganze Zeit man falls jetzt holt von dem Spiel zu laut ist, doch wie ähm ähm äh, ey, was geht? ey, was geht? die Artikel 3 alle ich komme 1 80 das sind 3 was wir alle der Fall ist wohl gut nicht verpasst Abonnenten 83 Jahre Knackt er noch die 100? Knackt er sie noch? Ich doch nicht. Ja, Alex? Ich kann mir vorstellen, wenn Alex am Wochenende die 100 hat, dann ist der Spitzkopf erstens dicht. Dann schütte ich ihm durch, sei Arschloch. Ey, was ist das? Ja, das ist mir überzeugt, hol' ich mir die 110 Euro in Dich'n da noch. Ich bin bei 110, gibt's keine, nur 120, wenn dann. Hä, das ist hier, hä? Ich bin bei Dich, das spiel 110? Ja, das steht zum Download, oh die Scheiße. Ich bin bei Dich, 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 ich bin bei Dich. Weil ich Echtholmus einwechseln muss, äh, einwechseln, diese Disc. Dann bin ich mal in Black-Obs3, dann bin ich schon i-wocherwerk so. Aber unberlich. Ne, 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 wenn ich eke es nie so. Das ist viel schöner. Ich will's wieder jetzt schon holen, weil dann kann schon, ähm, man kann schon MW einspielen. Ich weiß. Der Schefür da liegt, da liegt. Ich weiß. Der für dich, ja. Damit, nein. Papa! Frag nachher, willst du nicht zahlen? Ja, hey. Meine Mutter will auch nicht zahlen. Aber ich bin schon gestellter. Für eine Woche 150 Euro. Ja. Hab ich schon nicht gerade regelt. Hehehe. Hey Leute, hier plötzlich. Nicht wirklich dort steht. Man kriegt auch so toll, dass du die Black Ops 3 holst. Ja, deswegen hol ich's mir auch noch mal. Aber nur, dass ich's dir holst. Mach ich nicht los. Weil sonst keiner holen will. Nö, ich bin Zweiter. Ey, gibt's dir nicht weh. Ist das schon was glaubst? Da wieder so Dark Metal-ähnliche Tangen gibt's in der Album? Nö, bis jetzt schon gar nix klar deswegen. Es gibt die Tarnung, wo man ziehen kann, sieht übelst geil aus. Besser wie ein Black Ops 3, meiner Meinung nach. Huuu. Ja, na also, das war's, das hat schon mit Waffen gespielt. Komm, 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 Scheißraum, wir machen noch mal. Passt nicht. Reichst du gar nicht? Äh, natürlich, die Frage ist halt, oh. Alec, wie will ich mich jetzt im Moment später verschwitzt? Nö, nö, nö. Es geht. Es geht. Manche, ja, manche. Ja, ich glaub mir, dass du so viel schwitzt. Ja, ich glaub mir, dass du so viel schwitzt. Ja, ich glaub mir, dass du so viel schwitzt. Ja, ich glaub mir, dass du so viel schwitzt. Also, ich sag mir, dass du so viel, äh, am Anfang ist immer schwer. Also, wo ich am Anfang gespielt hab, war ich echt vor allem heute. Ja, ich mein erst mal so movement system klarkom. Okay, danke. Moveman. Schäferbrief. Ja, nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Nö, nö, nö. Nö, nö. Nö, nö. Nö, nö, nö. Nö, nö. Nö. Nö, nö. Nö, nö. Nö, nö, nö. Nö, nö. der Falle gings ja Black Ops 3 ist nicht wie in Finn Wurfer genießen Sie Ihre Pause, Leute! Einmal Infinity Warfer mit Black Ops 3 Ey, du hast doch grad gemacht, du Depp! Ne, kann man nicht! Ich lasse mal TdM spielen und greh nicht! Oh man, ey! TdM, nicht gesucht! Oh ja, da kann man noch ne Waffe öffnen, genau! Der Kisch der Öffnungen! Hehehehe! Hehehehe! Alles okay, oder muss er dich irgendwo hinstecken? Und Dominik, was auch gestörte Mongo! Hehehehe! Hehehehe, bin de Gwander! Hehehehe, bin de Gwander! Weißt du, was du bist? Du bist gestört! Der Ralf immer! Der Ralf ist doch immer! Der Alexander! Das war nur für den Scheiß, Alter! Nein, das war nicht der Ralf! Doch, das war der Ralf! Der Ralf, der Ralf, der Ralf hat immer Alexander gesagt! Der Ralf hat immer Alexander gesagt! Wenn der Ralf auf mich war da Alexander gesagt, weil er gut mit mir war, er hatte Alex gesagt, das weiß ich noch. Immer ein Sport Alex und dann Martin wieder Alexander! Immer so richtig Muskelboden, Alter! Das war so richtig! Lass ich gar nicht drauf gehabt, Alter! Ja, ich hab' gar nicht drauf gehabt, Alter! Da auf der Abschussfahrt! Naja, nicht der Abschussfahrt, sondern der Abschussfahrt! Er hat ja, Alex, man sieht sich vielleicht! Nö, man hat das halt schön! Nö, 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 nö! Da dafür sorge ich! Da darf ich sorge ich! Nö, 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 nö! Er hat seine ganze Familie abonnenten, ähm, gegeben, also Ding, sehr viel weitergeleitet! Bist du mal? Er, da heißt einer, du bist um 8 Uhr zu Hause! Ja gut, warum nicht? Ja, schon irgendwie. Schon irgendwie! Ah, Fensburger Alex hat gerade ein Video aufgenommen! Ah, Fensburger Alex! Ja! So, okay, ähm, ähm, haus zwei Keinein, aber wie schwul! Karma ist auch gut, okay! Ne, ist die Naps und ich bin jetzt jetzt, äh, ja. Antrieb, ja. Sieben, sechs, fünf, vier... Ah, die ich rausgefunden, wie es geht! Ja! Jo Leute, was gefällt noch nix! Und wir kommen zum neuen Gitter-Gate und Wopper, wie dabei ist ja nix! Oh mein, ich werde tröbsen halt! Er sagt nix! Verlaschend! Wie ein Spitzkampf, ich sage niemals! Ich bin, das ist ja nix! 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 Ich bin jetzt schon! Ich bin jetzt nicht so Peter-Faar. Von mir hätte der Code bekommen, aber ne? Ich muss sehr verlos auf YouTube! Ja, da... Ich bin, das ist ja auch nix! schmutzig aber wie kommt er das Video das soll ich euch jetzt schon oder erkannt werden die Leute und in der eine Nacht vor der Wien werde ich er ja auch aber ich habe mich über Nacht aus wie Geld erwarten er hat so gesehen ist so lächerlich ich bin so lächerlich als ob er jetzt ein Clown kommt ich glaub das war Digger ich hab Angst um meinen Schisszellen naja Alter die Räume kommen in die Platte er hat die vorlaut entweder einfach hier du wixer weichs eier david wohnert und trägiger glatt leider kein einziges lobby finde ich hier nichts mehr zeit ist es wird so reingekriegen bei mir da habe ich wirklich bock oder da kann ich mir mit dem du spieler spaß da spieler nicht zu gut und zu viert dann bin ich noch ein kohnt und dann bin ich noch ein kohnt Stimmt! Achso! Einer war geil! Für Luca schon! Nicht doch! Ach so, 4-Mann-Party wird schon am Start sein, Digga! Feindliche Drohne in ihrer Nähe! Ja... E-Qualizer bereits! Mende-Speicher-Reich! Mende-Speicher-Reich! E-Qualizer-Reich! 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 Das sind RegS�이-Reich! Alles, Alter! Nein! Växj! Ja, das ich nicht g Sowiel. Hör bei mir was zu sagen! eine Maul! Du s- similarity-reich? Derル-Reich ist doch nirgf. Wunderschön, warum Queche immer? die Sauerstin aufgefallen um mann ja alles klar ich bin dein Arsch mit dem Gesicht alles klar Baby so snip ich halt, der Rest ist anders ganz der Fall er dem Spielschiff bei einem Hartz-Golf einiges Elisabeth ein Arbit die wilde sind die WM die sind so leichter und an die Kamp also nicht alle nur die ersten die steigte die anderen zu schuld ein ist sogar Maschinengewehr noch gleichzeitig dort war war er hat die 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 aber ich habe es mal nach also dann hängen wir zwei hinten dran weil die das also ich ich hab mich getroffen Ich provoziere! Ja Hey, der andere tut den füßen und verstörenden Knife an einem Feen Nee, gar nicht, das trotzdem muss Ich hab's trotzdem Mein nix anderes Film Da hab ich ein 06er KD auf mir, ja? Ich hab mich ein Sniper So, den hab ich jetzt passiv getötet Ey, der muss halt voll auf Ich steck sie ihm gleich quer in den Arsch Oh, da hab ich veränderte Feindliche Dronen in ihrer Nähe Hä? Er liegt da! Frechdachs! Sei hier nicht so rassistisch Aber warum? Ah, hier sehen wir doch aufnehmen Nigger Nigger Die Karma ist nice, das ist ja nicht echt Nigger Ich hab nicht Nigger gesagt, ich hab Nigger gesagt Nigger gesagt Nigger Ja, mit dem Spiel ich grad, ich geh grad so ab mit dem Alter Ich glaube Holy fuck, Alter, wichtig zu Oh! Kondertrone Du meinst Hey, du meinst diese Kondertrone Und Bombardierung Ja, double Ja, double Bombardierung rausdauern Alles mit der Sensor Komm, ein Kill wird Das ist ja wohl In links oder rechts, rechts, rechts Jetzt Zeigern Drohne Verwendete Drohnenunterstützung aktiv Ausruhen die Runde jetzt noch Kondertrone Oh mein! Oh mein! Also manchmal hau ich Quickscopes draus Und manchmal nicht Erhöhen Sie Ohhhh Ohhhh Erhöhnen Sie Ein bisschen reinsteigen Ah, das war neuglich Gut Komm, da kommt dein nächstes Ah, der Stoß Und die Schwester Oh! Nein! Fuck Komm nochmal Komm einmal Neufein! Oh, da kommt nun wieder was Was war das? Was war das? Was war das? Ah, der Ding, äh, die komischen Oh, dieser Der Knopf, wo der Rieser ist Ah, da Höh! Die Gegner müssen auch noch denken, mach Spalemlo aus, oder? Ohhhh Hätte ich den auch noch geholt Ohhhh Ohhhh Hätte ich den auch noch geholt Also soll die es seht, ich kann gut schneiden, nur ich sterbe halt öfter Ja, aber wenn ich es reinkomme, dann krieg ich sie weg, also Naja, 1,2,3, geht klar, okay, okay, okay Nee, ich jetzt? Digga, ich schlag dir gleich irgendwas in die Fresse Also Jungs Da komm mir her Die Abos, da kommt auf jeden Fall Ich presse dir gleich irgendwas rein, dann Ein heftiges Video, oder Live-Zoom auch gleich Äh, nicht erfolgreich Hey, ich weiß, dass du die Hörer mal alt Ja, also Jungs, bis du nichts mal, tschau ab, gehti Giannis, und sie bitte Ja, digga, ja Äh 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 Also ich muss auch noch mal, äh, tschüss Tschau! Tschau, tschau Äh, lasse neid, lass, na aber da, und lass alles andere dabei Weil du, äh, ja, alles zu abonnieren Ja, ne, kann der Maul jetzt. Ja, öffnest du doch kurz so ne Kiste. Hey, da hübsch dir, der Maul hört doch auf. Ich meine, spiel's Kopf gleich auf, Stumm, Alter. Oh, der hat ne Waffe! Ne, gewöhn' ich auch. Alter, zurecht's, Tommy. Ja, tschau, Leute. Schlagt Dominik in Arsch und... ...verschlagt die Wissabludes und tschau.